Musik Mit strahlendem Sonnenschein startet die Region Neckaralp in die neue Woche. Dabei ist es morgens frostig kalt, bei Tiefstwerten von nur einem Grad. Bis mittags klettert das Quecksilber dann auf bis zu 12 Grad. Die Sonne scheint unterdessen fast ungestört. Erst ab dem Nachmittag muss sie sich den Himmel mit ein paar Wolken teilen. Auch in der Nacht bleibt es leicht bewölkt, bei Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad. Am Dienstag ist es mit dem Sonnenschein erst einmal vorbei. Fast den gesamten Tag über ist es am Himmel bewölkt, das Ganze bei Werten zwischen 3 und 13 Grad. Die Wolkendecke hält sich auch am Mittwoch. Bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag kann es außerdem zu leichten Schauern kommen. Etwas wärmer wird dann der Donnerstag. Bei einem weiterhin bedeckten Himmel bewegen sich die Werte zwischen 12 und 17 Grad.